Hallo Leute, Aufnahme! Hi, diesmal Entspannung! Ja! Ich bin aus GDR, was ist das Ding? Ja, schreibt jemand! Mein Bayern, 20 km nach Österreich Aha! Ein Bayern! Ah, jeder! Spaß! Oh Gott! Oh, for fuck's sake! Das war ein Scherz! Ah, den nochmal! Da bin ich schon Ego eingestellt! Nein! Oh Gott, der Dank! Lass mal in ein Team gehen! Jolau! Wie so'n Fick Mute hit mal wen in dem Schrei! Pfff! Warte, ich mach gleich mein Mikro aus! Ne, ich mach den komischen, äh... Pfff! Geil! T," 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 T,," T," die," T," style", T,"�« er hat mir gedacht die Liga das war mit dem in den Kieben gehen und dann in Europa ich bin nicht vor allem in München München so und nicht bei uns ich bin nichts von München nicht ich bin wenig auch Dänemark ja ich bin Kopenhagen ja ja die Jahren nicht in München nicht in München Kopenhagen Kater gut durchschnittlich deutschreden jetzt nicht durchschnittlich näher das kann auch sein Bistow und in Englisch schüttelst er geht immer gut gut kippt das verpackt danke neil dort an oder in der Zeit Du kannst den Ehen vielleicht runterkicken, ne? Ja, der fällt selber runter noch Du bist mein Dänke! Ja, da kommt noch einer Der hat verkackt Oh Mann, er hat gesagt, er fliegt sich auch noch runter Nein! Nein! Guter Stock Du wirst verlieren, du Dänemark Nein, ich nicht Doch, genau das bist du Nein! Ja, was, wo, eh? Ey, Psycho, was geht ab? Also, nicht du Psycho ein Spiel Bist du noch klar, ne? Du bist einer Himmelsixer! Halt's Maul, du Dänemark Du bist einer Himmelsixer! Ja, du bist einer Himmelsixer! Ja, du bist! Ja, du bist! Einer Homosexer! Warum? Weil ich aufnehme! Ja, bitte! Ach du Mann! Du bist eine Gay! Ja! Ja, danke! Wie kannst du dich rumhalten? Gay Kid! Hält sie auf zwei Reden raus! Dänemark, wie alt bist du denn? Fünf? Nein! Nein! Dänemark ist eine gute Country! Wie ist dein Alter? Nein! Nein! Bist du schon alt genug für das Spiel, ne? Ich nicht Deutsch! Du redest aber Deutsch! Seltsam! Bist du eine Revitated Motherfucker? Ja, du bist! Haha, untergefallen! Warum ist das eigentlich nur wie andere Gegner-Modus, dass der dann leise ist? Haha, das weiß ich nicht! Also, wenn man raus ist, ist man leise! Das ist es! Ja, Manni! Da kommt ja noch ein, noch! Einer kommt nur von oben, bei uns! Manni hat alles was hin! Ich kick die Beine raus, da, hier, bei uns! Ja, klar! Ja, klar! Geil! Ich nick dem, Boni! Nein, 11! Oh! Was ist das denn in September? Oder was? Ja! Mit meiner Taktik ist falsch! Da warst 3 Punkte! Komm mit, Jan! Ich hab... 13! Äh! Das Problem ist, ich bin immer als Erster da und klar, da ist alles okay! Alles klar! Haha! Du bist eine Idiot! Hey, das sagt, dass du einen eigenen Teamkollegen! Nein, danke! Oh mein Gott! Tust du dein eigenes Team beleidigen? Na, warte! Nein, dein Uncle! Ah, klar! Ja, damit komm ich klar! Das ist in Ordnung! Damn! Was ist hier nun? Manni! Haha! 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 Warum? Das sind nur Seide, die sterben! Haha! Haha, you don't kill me haha noob! Du bist eine Noob! Ja, du bist eine Noob! Ja, sieht man! Ich hab... Ja, du bist! 17 Punkte gemacht und du bist du hast 2, wow ey, dafür kann der andere Sachen gucken, das ist leicht ja, vielleicht bist du eine Youtube Channel? ja soll ich mal Lukas anschreiben? krass ähm Name ja, so wie mein GTA Name hier ja, einfach bist du ähm, äh, Zeitbett? nee so wie ich in GTA 1 ja, ich, ich möchte gerne einen Subscribe to you was? ich möchte gerne einen Spreiter so muss man bei GMLP gucken und bei Youtube dann bin ich ja bist du bereit ah ja Manni ich kann take eine Picture und ähm, ja ah nein du bist ein ja ja, ich bin ein Subscribe to you right now ja 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 Das ganze ist auch Amy-Wit-Wit-Wit-Quart. So, ich will das auch nicht. Ah, da kommt ein neun! Bierstadt hat ich immer rausgekickt! Ich hab immer neun Punkte! Jetzt reicht's, mach ich den rauskicker. Er reicht das langsam. Oh god. Wo kickt man mich? Kann ich rüber zu fahren? Ah, du bist, ähm... Drei... 300 Subscribers? Mhm. Du bist nicht... Oh! Ich hab 10 Millionen Abos. Bist du Livestream right now? Nee, ich nehm mich nebenbei aus. Ich hab, ähm, subscribed. Du wirst dich dann auf YouTube hören irgendwann. Ich bin subscribed. Mir rede ich grad mit einem Typ aus Dänemark, nur so, ne? Vielen Dank! Ja, bitte. Nein, Bruder! Nein, 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 nein! Tschüss! No, nein, tschüss! No, nein, tschüss! Und tschüss! Ey! KICK den 5er! Bei ihm sollte ich ihn wegfahren. Nein, nie! No, no, no... Nee, nix, 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 nix! Nein, nix, nix! Du kannst denn Bayerat kicken, da... da, da, Stärker zu gut. Yo! Tschüss! Willkommen zu einem neuen Video, Nacktslinge, Seite. Kick den Typ in 5 Punkte. Nein Kick und an... Nein Kick. Nein Kick. Nein Kick und... Und ähm... What? Du wärst als SS-Kickstück-Dänemark-Typ. Was? Ich werd dich gleich wegkicken ey. Du bist, ähm, subscribe my channel. Ich mögde, ich mögde gern. Alles klar, ne? Nein Danke, you channel suck. Du bist nicht eine deutsche Show. Nein Danke. Nein, ähm, ich nicht, ähm, subscribe to you. Nein. Jaaa, ich weiß nicht. Ich bin ein subscriber, mit der Min-Tel-Cell-Gaming. Jaaa, ich weiß nicht. Ich bin ein subscriber, mit der Min-Tel-Cell-Gaming. Ey, wer kommt denn noch? Nein! Tschüss! Wenn der jetzt so toll in die 5 reinkriegt, der eben... Oh, der macht's so. Haha, tschüss. Unentschieden in Höhe. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ja, tschüss. Ja, Manni, also mach noch mehr Werbung. Ich bin das subscriber. Nein, du bist eine Fake im Deutsch. Ich schnick, ähm, subscribe you. Nein. Oh mein Gott. Ja. Haha. Maffer kickt den Dänemark-Typ. Nein! Nein! Doch, kick ihn weg. Wie soll ich den kicken? Ja, kommt von der Seite einfach ein... Können wir sein, doch die nicht. Der hat 5 Punkte, ey. Nein! Oder der andere Typ da, am besten wegkicken. Halt mich an. Haha, danke, my bear, my bitch. Wie soll ich den weg? Ich tue so, tue so einen Eilen. Kick you. Kick you, Noob. Du wärst letztendlich so gekickt, ey. Pfaff. Hä? Nein, ki... Ah! Nein! Warum? Hä? Warum? Ich suchte gerne einen Suscriber. Ähm, nein, danke. Ey, brauch ich jetzt außerhalb der Zoll oder was? Was die, du, YouTube-Kanal? Kommt die. Kommt die. Ähm, type it so. Ich, ähm, ähm, ich gebe eine Fotografie, achtet und ähm, ich gonna subscribe. Alles klar, ne? Du Pummskopf. Nein! Ich möchte subscribe! Was? 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 Du bist jetzt so früh, da kommt der auch. Nichts. Ist ja verkalkt, du bist jetzt eh. Du bist homosexual. Ja. Wieso fährst denn, du? Tschüss, motherfucker. Ja, du glaubst auch mal, dass zocker. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, ich will nicht! Was ist meine Reden ausklingen? Dann. Ja, was ist denn? Hä? Was, hä? Blub, blub, blub. Nein! Oh, du hast verloren, man. Oh. Oh, du bist happy? Nein! Hahaha! Was ist mit der durchseitig? Nein, nein, gell. Noob. Also nur als in Dänemark. Nein, du bist... Du bist Noob. Du bist Noob. Nein, du bist. Du bist Noob. Guck mal, wie der sein Charakter aussieht. Du bist Noob! Du bist Noob! Mach mal jetzt weiter dann! Du bist Noob! Der arme Bub! Wer hat die meisten Punkte hier? Hä, du Noob? Ja, nicht du. Doch. Guck mal wieder. Ey, geh mal wieder mir am meisten RP. Guck mal. Guck mal.